Herzlich willkommen meine lieben Dudes und Dudin hier zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Wir haben jetzt ein paar Spiele, die wir, huch, da geht schon das Bild weg, die wir noch machen können. Ich denke wir können hier mit der Mannschaft nicht unbedingt spielen, die sind ein bisschen unfrisch. Deswegen wechsle ich einmal komplett aus und dann gehen wir in die Simulation gegen Köln. So, ein paar Spiele habe ich jetzt ausgewechselt, ihr seht sie hier. Und ja, dann können wir einfach direkt mal das Spiel simulieren. Wir haben ja jetzt noch unbedingt, äh, unbedingt, ungefähr sechs Tage vor uns, also sogar genau sechs Spieltage. Das Spiel gegen Wolfsburg können wir natürlich auch simulieren. Ich sehe hier gerade, wir müssen gegen Leipzig ins Halbfinale und der nächste Gegner wäre dann vorher noch Hannover 96, also auch noch ASV. Okay, dann mal rein. So, auswärts ist immer schwierig, aber das kriegen wir hin. Jungs, das kriegen wir hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Kosta mit dem 1 zu 0. Sehr schön, nach vier Minuten. Das ist schon mal, ähm, gutes Zeichen. Jetzt passiert aber einfach nichts. Weiter, weiter, weiter. Lewandowski kommt rein. Mhm. Ich finde es schade, dass sie sich jetzt hier vorher nicht regenerieren, wenn sie halt nicht eingewechselt sind, also nicht starten sozusagen im Spiel. Aber okay, 2 zu 1, das ist ein, äh, ordentliches Ergebnis. Knapp, so wie gegen den HSV zuletzt. Also in, in Wirklichkeit, ne. Ähm, ja. Da loben wir unsere Mannschaft, wir wissen es. Meine Rolle im Verein. Mhm, 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 mhm. Ja, du wirst ja gleich spielen, du wirst ja gleich spielen. Äh, wir trainieren. Wir trainieren, wir, die Burschen, die jungen Wilden, die wollen ein gutes Training da lassen. Und Tiedermanns, ab auf die 82. Schön, schön, schön. Sehr gut. So geht es doch. Dann einmal vor. Das Spiel gegen Wolfsburg ist natürlich, ähm, ja. Jetzt eigentlich nur noch Form halber, ne. Gut, äh, was steht da? Vorschlag, genau, er möchte gerne spielen. Das werde ich jetzt auch nochmal schnell ändern, die Aufstellung, und dann geht es gleich in die Simulation. So, wieder die Standardspieler sind drinne. Das heißt, wir können direkt rein, hier ins Spiel. Los geht's. Halten wir die Daumen gedrückt. Wir haben 6 zu 1 gewonnen, also da kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir schauen aber. Verletzung müssen wir vermeiden. Wir müssen Rote, äh, und dann ist Boateng gesperrt im nächsten Spiel. Zu viele gelbe Karten. Dejerin sieht gelb. Kruse mit dem 1 zu 0, okay. Jung, gelb. Meine Güte, fliegen hier aber gelbe Karten. Costa für Tiedemanns. Bernhard, Alaba, Klose, Naldo. Okay. Bleibt es bei diesem 1 zu 0? Trash sieht gelb. Also viele gelbe Karten. Ein Tor durch Kruse, sonst nix. 6 Millionen Preisgeld. Und Boateng ist im nächsten Spiel gesperrt. Das hatte ich ja schon gesagt. Das war ja klar. Und wir gucken. Das nächste Spiel, was ansteht, ist Hannover 96. Ja. Hannover 96 auf Platz Nummer 6. Okay. Aber ich denke, das werden wir auch spielen, ne? Das werden wir spielen. Das heißt, ich schaue mir ganz kurz an, wer jetzt hier wie aufsteht. Das sieht aber sonst soweit okay aus. Und wieder sieht es aus nach Regen. Ah, ich mag Regen ja nicht so gerne. Mal gucken, ob wir hier gut treffen oder nicht. So, da geht's los. Hannover 96, unser Gegner hier heute. Bei Regen. Na ja. Hoher Druck. Wir machen hohen Druck. Oh. Super Manuel. Super Manuel. Super Manuel. Hey. Hey. Ach. Wollte auf Pogba spielen. Dabei ging einfach mal komplett daneben. Es gibt die Ecke. Vielleicht nochmal eine Karte hinterher. Wohohoho. Okay. Oh. Das 1 zu 0. Was für eine Kombination. Was für eine Kombination. Schaut es euch an. Nebendowski kommt gerade so noch ran. Spielt den Ball ab. Der kommt an und dann schließt er einfach nur noch ab. Schöner Schuss von Griezmann. Mit dem 1 zu 0. Yay. 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 Das kann man so mal feiern. In Ordnung. Einfach in Ordnung. Achtung. Oh. Lücke. 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 Alaba. Manuel Neuer. Sehr schön. Thomas Müller. Ja. Sehr gut. Der passt ja dazu ungenau. Freistoß auch noch. Pogba. 25 Meter. Ich glaub's nicht. Schöner Freistoß. Aber schöner Freistoß. Definitiv. Und bumm. 2 zu 0. Perfekte Position. Um das Ding da klar zu machen. Nice. Ja. Was soll ich da machen? Treffer. 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 Das ging super. Das ging richtig super. Und der schöne Schuss da von Thomas Müller. Und vorbei die erste Halbzeit. 2 zu 0. Ich denke, auf beiden Seiten waren irgendwie Chancen. Aber so richtig genutzt hat Hannover davon nicht viel. 6 zu 2. Okay. Also Hannover kommt nicht so richtig gegen unser Bollwerk an. Von hohem Druck auch. Gib doch einfach ab. Gib doch einfach ab. Der Boden ist nass. Der Ball rollt. Nicht so, wie sie es wollen. Die Flanke. War nicht so gut. Einwurf. Die letzten Minuten. Abgewehrt. Stark. Sehr gut gemacht, Manuel. Sehr, sehr gut gemacht, Manuel. Und vorbei. Da ging in der 2. Und hat bei uns einfach mal gar nichts. Das kann passieren. 9 zu 3. Ich weiß nicht, was da los war. Hannover 96 kam nicht so richtig an unser Abwehr-Bollwerk vorbei. Na gut. Das heißt, wir dürfen wieder trainieren. Und ja, Thielemanns gerne. Der will weiter. Hoch hinaus. Und guck mal. Auf die 79. Sehr gut. Top, top, top. Damit geht es weiter. Ja, Defi-Pokal. RB Leipzig ist unser nächster Gegner. Ich glaube, das können wir mit der 2. Mannschaft spielen, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall mal Gedanken machen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein paar Daumen nach oben da. Das wäre richtig cool. Macht es also gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.